hallo guten morgen ja das video heute zum thema wie du dir immer wieder unbewusst dein altes leben rekreierst und viele sind sich deswegen der sache gar nicht bewusst was sie da eigentlich den ganzen lieben langen tag machen und immer wieder das alte auf den tisch legen und es manifestieren vielleicht bist du auch eine davon oder einer davon der den ganzen tag mit offenen augen durchs leben geht hallo ja den ganzen tag mit offenen augen durchs leben geht den ganzen tag beobachten anschauen einsortieren beobachten einsortieren sehen einsortieren ich sage jetzt extra einsortieren weil dieses einsortieren das ist eine wir machen eine leben ein und das machen wir den ganzen tag wir sehen den menschen der läuft darum wir haben sofort wir nehmen diesen menschen der gesehen wird und der wird in unser bewusstsein einsortiert ja also du siehst jemanden der hat eine bestimmte sache an der hatten bestimmten gesichtsausdruck an und automatisch kommt er in sein kommt er in dein system kommt er in deine welt du nimmst den einfach mit automatisch du bist dir gar nicht bewusst was du machst mit all den dingen die du draußen ziehst oder mit denen du draußen die du beobachtest jedes mal wenn du eine beobachtung hast eröffnest du einen bewusstseinsraum und meistens ist es eben dein konditionierter dein übernommener dein gelernter bewusstseinsraum deine ansichten bilden deinen bewusstseinsraum nochmal ich sag dir nochmal es ist so wichtig deine ansichten bilden dein bewusstsein dein bewusstsein sind deine ansichten und wenn du dein bewusstsein dass du da dein bewusstes sein dass was du bist möchtest dass sich das anders manifestiert wenn du möchtest dass du ein anderes leben hast musst du deine ansichten verändern und dazu sind die wenigsten menschen bereit ihre ansichten zu verändern wollen alle recht haben wollen alle sich beweisen wollen wollen alle zeigen dokumentieren dass ihre meinung richtig ist ergo dass sie gut und richtig sind alle menschen wollen zeigen dass sie gut gelernt haben alle menschen wollen zeigen wie passend sie doch sind wie ansprechend sie doch sind und das sind alles überzeugen und was auch immer du da draußen siehst wird aus diesen überzeugungen heraus kreiert und wieder kreiert und wieder kreiert und wieder kreiert und wieder kreiert was schön ist was schön ist was hässlich ist was böse ist was lieb ist ja du hast deine klaren vorstellungen du hast deine klaren überzeugungen was gut ist und was schlecht ist was dir gefällt und was dir nicht gefällt und die dinge die du siehst jeden tag von morgens bis abends werden von dir gestempelt du kommst du kommst du kommst du kommst in mein bewusstsein als eine frau mit einem kleid scheiße aussieht du kommst in mein bewusstsein mit einer stärke die ich gerne auch hätte du bastelst du bastelst und baust den ganzen lieben langen tag dein leben dein dein push out deine ansichten immer wieder und immer wieder und immer wieder und dieses video richtet sich an dich wenn du etwas verändern möchtest sei es mit der gesundheit sei es mit den finanzen sei es mit deiner freiheit mit einer freien entscheidung kann es niemals funktionieren wenn du nicht zuerst dein komplettes raster von ansichten und überzeugungen überprüft und das von dem was du mehr haben möchtest das darf bleiben und alle dinge von denen du weniger haben möchtest von denen du loslassen möchtest du darfst diese dinge nicht mehr weiter beachten nicht mehr weiter betrachten du darfst diese dinge nicht mehr weiter sehen du musst diese dinge komplett aus deinem bewusstsein entfernen weil solange diese dinge in deinem bewusstseins raum sind sind sie da und das ist genau dieses training dieses training zuerst mal eine analyse zu machen was ist da was ich nicht mehr haben möchte und dann aufschreiben was du stattdessen stattdessen haben willst die die meisten menschen gehen durchs leben und sagen das will ich nicht das will ich nicht nein das will ich nicht das will ich nicht das will ich nicht und jedes mal beobachten sie dinge die sie nicht wollen jedes mal wenn du dinge beobachtest die du nicht willst hast du sie erschaffen jedes zipperlein in deinem körper jede jede falte in deinem gesicht wird durch deine beobachtung erschaffen jedes noch so kleine ding jede fliege wird durch deine beobachtung erschaffen und es ist so krass es ist einfach so krass jede situation wird durch deine überzeugung erschaffen und was kann ich dagegen tun dass ich eben nicht mehr diese ungewünschten dinge erschaffe ich muss glasklar sein was ich in meiner inneren welt erschaffe und kreiere und dann nach außen out pushe ich muss ganz klar sein was in meinem bewusstseins raum sein darf und diese selektive beobachten erkennen und bewerten vor dem hintergrund dessen was ich möchte das bringt mir die dinge die ich möchte in mein leben und da gibt es kein hokus pokus da gibt es keine kraft die außerhalb von mir wirkt da gibt es keine rituale da gibt es nur mich da gibt es nur meinen seinszustand und dieser seinszustand ist genau so wie ich ihn festlege und das schwierigste daran ist dass ich mir erlaube alle alten seinszustände die ich mal gesehen habe die ich mal wahrgenommen habe die ich mal bewertet habe die mir vielleicht sogar beigebracht worden sind von meinen eltern oder von der gesellschaft dass ich die sterben lasse dass ich die fallen lasse dass ich die für mich in existent erkläre ein seinszustand der krankheit krankheit birgt kann von mir als in existent erklärt werden weil es ist meine welt es ist mein bewusstsein es ist mein seinszustand und wenn ich in einer welt lebe wo krankheit nicht existiert weil ich weiß dass die höchste idee krankheit niemals kreieren würde weil ich weiß dass die höchste göttliche liebende intelligenz die höchste intelligente liebe das gott niemals krankheit kreieren würde und das heißt eben auch dass ich mir diese göttliche brille diese göttliche perspektive aufsetze und keine krankheit in meinem bewusstsein in meinem raum in meinem universum in meiner welt als wahr erachte und dann kannst du jetzt sagen ja aber siehst du da draußen nicht die ganzen vielen leute siehst du da draußen nicht die ganze krankheit das elend nein nein ich sehe das nicht ich sehe dieses elend nicht weil ich weiß dass unsere liebende intelligenz die hier die welt erschaffen hat das auch nicht zieht und ich deswegen diese perspektive diese vorstellungskraft der höchsten perfektion der höchsten göttlichen liebe der höchsten schöpfung folge und das ist ja auch dieses wichtige ja du hast alle möglichkeiten in dir du kannst gott sein aber du hast den freien willen du kannst auch der teufel sein wenn ich jetzt mal mit der bibel spreche du kannst ich habe mal geschrieben willst du wissen wie du deine seele verkaufst es ist genau so das ist damit gemeint wenn wir unsere seele verkaufen unsere wahre höchste form unseres seinszustands unsere göttlichen seinszustands unseren höchsten perfektesten seinszustand verkaufen für geschichten des mangels für geschichten der krankheit für geschichten der unterdrückung für geschichten der machtlosigkeit dann haben wir unsere seele verkauft dann haben wir unsere ganze schöpferkraft verkauft dann haben wir auf die schlange im paradies gehört die uns aus dem paradies vertrieben hat weil wir nicht glauben konnten dass wir im paradies sind aber wir sind hier angetreten um das wieder rauszufinden wir sind hier angetreten um rauszufinden dass alles durch uns hindurch durch unsere vorstellungskraft erschaffen wird und je mehr und mehr und klarer und klarer wir uns dieser wirkung bewusst sind desto mehr und mehr erlauben wir uns in diese kraft einzutreten und zu sagen mein bewusstsein mein leben mein universum was sehe ich darin was kreiere ich meine welt und da bleibe ich stein und bein dabei lass mir nichts von der schlange sagen verkaufe nicht meine seele an den teufel an das böse gebe dem bösen keine macht und das kann ich nur machen wenn ich mir so 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 bewusst bin als was ich hier angetreten bin wenn ich merke dass außer mir tatsächlich nichts gibt jeder von uns ist allein in seiner welt allein in seinem universum da ist niemand außer din oder das oder was ich dorthin kreiere was ich dort sehe was ich dort beobachte da ist nichts und wenn ich beobachte dass jemand anders das gleiche beobachtet wie ich wer beobachtet dann und der beobachter ist der schöpfer punkt und wenn ich aber mit gottes augen mit den augen der höchsten intelligenz der intelligenten liebe mehr und mehr beobachte dann beobachte ich beobachte ich etwas ganz ganz anderes und beobachten ist kreation dieses doppelschlitz experiment der quantenphysik sagt es ganz genau und ich sage es noch genauer alles was du beobachtest kreierst du alles also beobachte weise also richte deine aufmerksamkeit weise aus also sei klar was du in einem menschen beobachtest was es für eigenschaften sind was es für ein aussehen ist sei dir klar was du in der natur beobachtest sei dir klar was du an deinen liebsten beobachtest sei dir klar was du an den mitmenschen beobachtest und hör auf diesen autopilot zu folgen der beobachtung des grundsätzlichen gesellschaftlichen handelns steig aus steige aus beobachte was du möchtest dann kreierst du was du möchtest beobachte nicht mehr die sachen die du nicht möchtest hör auf an frühwarnung zu glauben glaube stattdessen an kreation hör auf an vermeidung zu glauben glaube stattdessen an deine schöpferkraft und solange du eben noch diese diese alte denke drin hast diese alte überzeugung für dich als mensch für dich als körper anstatt für dich als spirituelles energetisches wesen und die energie die du ausstrahlst kommt aus deiner vorstellung diese energie die du bist sind deine gedanken und ansichten ansichten sind nichts anderes als das was du beobachtest es ist so einfach eigentlich und es hat kein hokus pokus es geht nur darum dass du erstens weißt du der verdammte einzige beobachter bist in deinem universum es gibt keine anderen augen es sind immer deine augen es gibt keine anderen perspektiven es sind immer deine perspektiven es gibt niemand anders der irgendetwas beobachtet es ist immer deine beobachtung es gibt niemand anderes der in deiner meditation ist es gibt niemand anders der dir erscheint es gibt keine vision die nicht von dir kreiert ist es gibt nichts und niemand der die visionen in dein leben reinsetzt es gibt nichts und niemand der dir irgendeine erlaubnis geben kann außer immer nur du selber dieses verdammte leben ist einsam es ist einsam es ist deins und wenn du noch so viel gesellschaft hast wenn du noch so viel gesellschaft suchst wenn du noch so viel überzeugung suchst wenn du noch so viel unterstützung suchst ist es trotzdem immer deins bist es immer immer du deine vorstellung deine ansicht in einem anderen körper an einem anderen ort mit einem anderen aussehen aber wo ist dein noch jemand wo ist noch jemand also und dann wirklich in diesem bewussten sein in diesem bewusst klar bewusst nicht unterbewusst nicht versteckt sondern ja jetzt hier der goldene moment the power of now sagen alle jetzt jetzt nur jetzt was beobachtest du jetzt und das ist deine jetzige realität und du machst schnipp und du beobachtest etwas anderes es ist deine neue realität du kannst innerhalb von einem moment zum anderen eine realität komplett verändern wenn du bereit bist auch den ganzen rattenschwanz aus dem neuen bewusstsein zu sehen also den ganzen rattenschwanz deine familie deine arbeit die ganze umgebung alles wenn du das bewusstsein einer gesunden glücklichen welt erschaffen möchtest darfst du nicht krankheit sehen darfst du nicht krankheit versuchen zu vermeiden darfst du nicht aus vermeidung ist angst wenn du angst beobachtest kreierst du angst wenn du armut beobachtest kreierst du armut es ist so einfach es ist so krass es ist zu kraftvoll und es ist jetzt an uns dass wir uns verdammt nochmal am riemen reißen und aufhören in irgendeine energie in irgendein bewusstsein in irgendeine überzeugung einzusteigen die dinge beinhaltet die wir nicht möchten wir müssen das nicht das ist der einzige freie wille der existiert dein freier wille heißt du hast die entscheidungsmacht du hast die beobachtungsmacht du hast die macht wo du aufmerksam bist du hast die macht deiner gedanken du hast alle macht und das bedeutet dass es nichts gibt im außen was du vermeiden musst was du verändern musst was anders sein muss sondern du kannst jetzt anfangen deine welt so zu kreieren wie sie dir gefällt und alle schlangen Stimmen in deinem Kopf alle bösartigen Worte des Teufels in Anführungsstrichen musst du nicht behören musst du nicht kannst du ignorieren du kannst es ignorieren aber es ist nicht so dass du es ignorierst in dem Sinne so weg 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 sondern dass du es ignorierst indem du weißt was es bedeutet es ist eine andere Realität und es wird jedes Mal gefragt willst du in diese andere Realität nicht doch kommen willst du nicht doch in diese ungewünschte unschöne Realität von Krankheit Einsamkeit finanziellem Leiden äh Mangel willst du nicht eintreten und sagst ich bin hier ich bin hier ich bin hier ich bin hier und dazu musst du wissen wie hier ist und wenn du wirklich mit allem was dich ausmacht mit deiner ganzen Aufmerksamkeit hier bist da wo du sein möchtest werden weniger und weniger und weniger von diesen Anfragen kommen weil du komplett in einem Bewusstsein in einer Verkörperung unterwegs bist die dem entspricht was du möchtest das ist der Clou kein Hokus Pokus kein gar nichts Disziplin Fokus wissen wer du bist nie mehr dran zweifeln dass es irgendeine Energie irgendein Wesen eine Wesenheit im Außen gibt die nicht durch dich entstanden ist durch deine Vorstellungskraft Menschen die Engel sehen wer sieht die Engel hast du das vielleicht auch gedacht ich hab da so mal so eine Ausbildung gemacht vor ganz ganz vielen Jahren da haben alle Engel und Energien gesehen wer ist es wer sieht es ich wenn ich keine Engel und keine Energien sehe sind da keine Engel in meiner Realität nö wer entscheidet ob ich Engel brauche wenn ich Engel brauche sind Engel da wenn ich Engel nicht brauche sind Engel nicht da verstehst du es geht so einfach du entscheidest wenn ich Geld brauche ist Geld da es ist alles dasselbe ja die Pippi Langstrumpf hat recht ich mach mir die Welt wie sie mir gefällt aber die wenigsten Leute trauen sich das hundertprozentig zu tun hundertprozentig nicht mal nicht mal ja mal nein und mal ist doch da der Partner der eine andere Meinung hat und da muss ich mich halt fügen nein ein Boss ein Chef eine Regierung eine Politik nein da ist nichts außer ich tue es dahin und die Größe zu haben und zu sagen okay es gibt alle nur irgendwelchen unendlichen Bewusstseinsräume es gibt auch die wo Corona ist es gibt auch die wo 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 alle Menschen sterben ja aber will ich das nein will ich nicht also muss ich etwas kreieren was ich stattdessen will ich muss etwas kreieren was ich stattdessen sehe ich muss etwas kreieren was ich stattdessen fühle was mein Bewusstsein ist und das ist die Kunst das ist die Kunst und nicht nur mal kurz oder heute mal oder mal eine Stunde sondern das ist meine Wahrheit und ich habe keine Probleme mehr mehr dass mir irgendwelche Leute sagen ich bin nicht ganz dicht dass mir irgendwelche Leute sagen dass ich ignorant bin oder was weiß ich nicht was was da alles sein kann oder was da war nein ich bin so firm weil ich weiß wer ich bin 100% genau ich bin so firm weil ich weiß wer ich bin ich bin so firm ich weiß das ist alles meine Kreation ist und wenn mir einer kommt und sagt hey spinnst du eigentlich was redest du da öffentlich im Internet auf YouTube ist übrigens auch überhaupt keiner mehr gekommen ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern und wenn einer kommt oder wenn eine kommt oder wenn eine dieser Stimmen kommt es macht nichts mit mir es ist nicht in meiner Welt es hat keine Kraft es hat keine Power ich merke es wahrscheinlich gar nicht mal es gibt vielleicht sogar Zirkel die sich zusammensetzen und über mich reden dass ich nicht ganz dicht bin wer weiß es schon I don't know und es gibt vielleicht irgendwelche was weiß ich nicht was es gibt alles aber halt nicht in meiner Welt und seitdem ich das so klar und immer wieder klare jeden Tag jeden Moment jeden Moment klarer entscheide desto weniger Shit begegnen mir weil es ist mein Shit den ich kreiere und wenn er mir begegnet dann sagt es nur oh hast du mal Shit wieder kreiert kannst du ja gerade ändern und darum geht es sich diese Erlaubnisgeber durch das Wissen wer ich wirklich bin immer wieder auf Wiedervorlage zu legen immer wieder zu wissen ich bin's ich bin's ja hallo ich bin's da ist niemand kein Mann keine andere Frau kein Chef kein Politiker hallo ich bin's und je mehr und mehr du diese Logik deinem Verstand erklärst dass es tief tief einsickern kann in jede einzelne Zelle desto mehr lebst du das auch und desto schöner und desto leichter ist dein Leben und irgendwann mal wirst du verstehen dass auch die Einsamkeit eine komplette Illusion ist weil es geht nicht darum dass du einsam bist sondern es geht darum dass du erkennst dass du alles bist und wenn du alles bist dann bist du immer deine eigene Gesellschaft dann bist du immer deine eigene Gesellschaft und das heißt nicht dass da nicht andere Menschen sind die du in dein Leben kreierst sondern das heißt dass auch jeder andere Mensch egal wann und wie in welcher Art und Weise er dir begegnet aus dir entstanden ist aus deiner Vorstellung aus deiner Kreation aus dem was du dir vorstellen kannst was andere Menschen für dich sind und das hat so weitreichende Konsequenzen vor allem auch als Business auch als Business jeder Anbieter egal ob es Business ist oder ob du es auch gratis machst I don't care aber es ist deine Vorstellung wem du was anbietest du entscheidest ja gestern Shit kreiert das erste Mal mit Bewusstsein dass ich es war Verantwortung übernehmen ja aber auch hier Verantwortung übernehmen heißt nur hm das will ich verändern das hat mir nicht gefallen das gefällt mir nicht ich will es anders haben aber nicht was hast du da gemacht oh mein Gott wie blöd bist du kannst du es nicht besser weißt du es nicht nichts von dem gar nichts keine Schuld keine Strafe keine Peinlichkeit keine Maßregelung kleine Kritik nichts von dem wird mehr in unser Leben kreiert ja das braucht es nicht das hat keine Wirkung das einzige was Wirkung hat ist die Veränderung deines Bewusstseins deiner Realität deines Fokus und alles andere hindert dich nur alles andere bremst dich doch nur und es gibt so viele Ansichten die eben neu zu machen sind die wirklich essentiell neu zu machen essentiell neu zu machen und da sich hinzusetzen da sich klarer und klarer zu werden das ist ein Job und deswegen ist es gut wenn man sich Hilfe holt deswegen ist es gut wenn man einen Guide sich holt der rauskriegt ich kriege bei den Leuten raus in welchem Bewusstsein sie sind ich kriege bei den Leuten raus wo sie sich gerade befinden und nicht hingehören weil wir gehören alle in die göttliche Perfektion in das schöne leichte Leben in die Erfüllung in die Freude da gehören wir alle hin und was uns da noch aufhält davon hinzugehen das sind wir meistens gar nicht so bewusst weil es so normal für uns ist es ist so normal dass die Dinge schwer sind es ist so normal dass die Sachen lange dauern es ist so normal dass die Sachen unangenehm sind es ist so normal dass ich unglücklich bin es ist so normal dass ich einsam bin es ist so normal dass ich Angst habe und dann glaube ich tatsächlich dass es wirklich normal ist weil es sich für mich schon so eingeschlichen hat als eine Normalität aber es ist nicht normal normal ist dass du dich fühlst wie Gott oder Göttin normal ist dass du höchstes Vertrauen in deine Schöpferkraft hast und zwar in die Schöpferkraft aus der Liebe und aus der Perfektion heraus das ist normal und das unserem Körper unserem Schwingungskörper beizubringen was das neue Normal ist das ist unsere Aufgabe das ist unsere Aufgabe und wenn wir das gemacht haben dann werden wir im Außen sehen dass wir manifestiert haben dass wir kreiert haben dass es das ist ja ihr Lieben ich hoffe ihr habt es verstanden ich bin der Meinung ich sage das sehr sehr klar ich sage es ohne Hokus Pokus ich sage es ohne Bewertung und genau darum geht es dass du da rauskommst und dass du in deine Wahrheit reinkommst und nicht zu niemanden mehr irgendwo deine Macht deine Aufmerksamkeit verschenkst ohne genau zu wissen dass diese Aufmerksamkeit dieses Beachten dieses Betrachten dich dorthin bringt wo du sein möchtest aber weißt du wo du sein möchtest das habe ich jetzt in letzter Zeit bei den 1 zu 1 Coachings die ich wirklich so so mit viel Liebe und Begeisterung wieder gemacht habe gemerkt diese Klarheit was will ich wirklich 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 nicht weil ich es mir vorstellen kann dass es möglich ist sondern was will ich wirklich wenn ich aus dem Vollen schaffe schöpfe aus dem Vollen was will ich wirklich beantworte diese Frage und beantworte sie dir jeden Tag neu weil jeden Tag neu wirst du darauf kommen dass du dir eigentlich diese Antwort gar nicht erlaubst weil die so groß ist weil die Antwort die aus deinem göttlichen Bewusstsein auf die Frage was will ich wirklich kommt die ist riesig die ist unendlich die ist riesig groß die nimmt alles ein und das kennen wir nicht und da müssen wir uns halt rantasten bis wir es zulassen können und dann ist es so wie wir es kreiert haben und dann ist es so dann ist es so und das ist doch geil also ich wünsche euch einen ganz ganz kreativen Tag und wirklich steht nicht für irgendeinen Bullshit zur Verfügung lasst euch nichts erzählen hört auf mit dem Hubi Wushi 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 das nimmt euch nur die Energie es nimmt euch nur den Fokus es nimmt den Fokus auf Dinge ich muss das machen ich muss das machen umzu 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 tu mal alles umzu weg umzu nee es braucht kein umzu ich entscheide ich will es haben ich bin es das war mal die Kurzwaffe also happy day bye bye bye